Viele von uns hatten schon einmal Corona und viele der Erkrankten haben mit Spätfolgen zu kämpfen. An der Tierärztlichen Hochschule in Hannover wurde nun ein Long-Covid geforscht. Was die Forschung ergab, das frage ich jetzt Professorin Dr. Franziska Richter-Ascensio, Leiterin des Instituts für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Guten Tag, Frau Richter-Ascensio. Ja, guten Tag, Herr Euler. Ja, was verstehen wir denn darunter, wenn wir von Long-Covid sprechen? Es gibt da zwei Begriffe, die verwendet werden, Long-Covid und Post-Covid. Long-Covid spricht man davon, wenn es die Symptome vier Wochen anhalten nach der Infektion. Und von Post-Covid, der Begriff Post bedeutet spät, nachher, das sind wirklich sehr langwierige Spätfolgen, also drei Monate und später auftretend nach einer Corona-Infektion. Sie haben ja jetzt an der Tierärztlichen Hochschule an Long-Covid geforscht. Was haben Sie denn konkret gemacht? Ja, ganz konkret ist es so, dass meine Arbeitsgruppe sich fokussiert auf Therapieentwicklung von neurodegenerativen Erkrankungen, also zum Beispiel die Parkinson-Erkrankung. Und bei dieser Therapieentwicklung fragen wir uns natürlich auch immer, was verursacht denn die Erkrankung? Welche Mechanismen sind da wichtig? Und eine Möglichkeit sind natürlich auch Infektionserkrankungen. Das heißt, wir haben seit 2019 bereits angefangen, uns mit dem Risiko Infektionserkrankungen und neurodegenerative Krankheiten zu beschäftigen. Und als dann die SARS-CoV-2-Infektion auftrat, haben wir relativ schnell die Hypothese aufgestellt, dass dieses Virus auch zu Spätfolgen führen kann, die auch Ursachen im Gehirn haben. Und haben deswegen mit unseren Kollegen Kontakt aufgenommen, die mit Infektionsmodellen arbeiten, also die halt Therapie gegen Covid-19 entwickelt haben. Und haben die gebeten, uns die Gehirne der Tiere zu geben, die eben mit SARS-CoV-2 behandelt worden sind, infiziert worden sind. Und diese Gehirne haben wir dann näher untersucht, ob wir eben Veränderungen finden, die wir auch von neurodegenerativen Erkrankungen kennen. Und genau das ist eben auch dann letztendlich unsere Lungen. Also wir haben Veränderungen gefunden, die wir aus neurodegenerativen Erkrankungen kennen in diesen Gehirnen von infizierten Tieren. Also heißt das jetzt konkret, dass Corona auch unser Gehirn angreift? Was genau zu diesen Veränderungen führt, das muss jetzt weiterer Forschungsbedarf erstmal noch herausfinden. Also wir sehen diese Veränderung, wenn das Virus schon gar nicht mehr im Körper dieser Tiere ist. Und wir haben auch nicht viel Virus gefunden im Gehirn. Das heißt, es sind entweder Botenstoffe oder es sind kleine Teile des Virus oder es reicht wirklich auch sehr wenig Virus, um eine Kaskade von Mechanismen in Gang zu bringen, die die Gehirnzellen auch schädigen kann. Und wie genau das alles vonstatten geht, das müssen wir jetzt eben näher untersuchen, damit wir dann auch wiederum Therapien entwickeln können. Können Sie denn sagen, wie sich diese Veränderungen im Gehirn ja bemerkbar machen? Also gibt es da irgendwie Symptome oder was sind die Folgen von diesen Veränderungen? Ja, wir haben jetzt zunächst erstmal nur die Gehirne untersucht. Das heißt, wir haben nicht bei den Tieren geschaut, ob die auch irgendwelche Verhaltensveränderungen hatten, so ähnlich wie eben bei Post-Covid auftreten. Das haben wir nicht untersucht, sondern wir haben nur die Gehirne untersucht. Und die Veränderungen, die wir da finden, sind eben Veränderungen, die man auch bei Humanpatienten mit neurodegenerativen Erkrankungen sieht. Also zum Beispiel die Ansammlung von bestimmten Proteinen, also Eiweißstoffen. Und die sind auch noch fehlgefaltet. Also da gibt es zum Beispiel das Alphysynuclein oder das Tauprotein. Und da wissen wir, bei neurodegenerativen Erkrankungen spielen diese Proteine wahrscheinlich eine sehr große Rolle, wenn die sich so ansammeln und fehlfalten. Und das haben wir auch in den Gehirnen der Tiere nach dieser SARS-Coronavirus-2-Infektion gesehen. Ob das jetzt auch in den Tieren wiederum zu Symptomen führt, muss auch noch untersucht werden. Da ist noch viel Forschungsbedarf. Ja, wie geht denn die Forschung jetzt weiter? Also wir haben zwei große Fragestellungen jetzt, die für uns wichtig sind. Weil wir denken immer an die Therapieentwicklung. Und die zwei Fragestellungen sind, dass man schaut, wie lange sind denn diese fehlgefalteten Proteine da? Also wenn man zum Beispiel die Tiere jetzt mal vier oder fünf oder sogar zwei Monate nach der Infektion untersucht, sind diese fehlgefalteten Proteine dann noch da oder geht das wieder zurück? Also das ist eine ganz wichtige Fragestellung. Und wie verändern sich dann auch die Nervenzellen? Das untersuchen wir weiter. Und die zweite für uns sehr wichtige Fragestellung ist, die Sie schon quasi durch Ihre sehr gute Frage angebracht haben. Was genau verursacht das? Ist es das Virus? Also braucht es die gesamte Infektionserkrankung? Oder sind das vielleicht nur Bruchteile des Virus, die das schon hervorrufen können? Und das ist die zweite große Fragestellung, der wir jetzt nachgehen. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für dieses sehr interessante Gespräch und für die ganzen Informationen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Einladung. Gern geschehen. Gern geschehen. Gern geschehen.